Für die Taube setzt du dein Brett auf den Boden und bringst dein linkes Bein unter dein Brett, so dass dein rechter Oberschenkel auf dem Brett ruhen kann. Du kannst jetzt mit den Armen nach vorne gleiten und dich über das Brett legen. Spüre dabei die Öffnung in der linken Hüfte. Du kannst es auch etwas schwieriger gestalten indem du dich aufrichtest und dann versuchst deinen hinteren Fuß zu greifen. Bleib dabei aufrecht im Oberkörper. Löse langsam wieder die Position, schiebe das Brett vor dich und entspanne im Kind. Schöne aus. 4-A-K-M-A 0-1. 0-1. 0-3. 0-0.